hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge LS22 auf der hofbergmann zu aktivieren schnell ausgemacht aus versehen ausgemacht aber jetzt erst mal hier weiter mit dreschen so 40 prozent haben abgeschlossen naja wir haben heute definitiv nicht fertig aber ist ja nicht ganz so tragisch erstmal wegen der kohle und weil ich dann die kohle brauche für schweinefüller also die kohle aber dann für kartoffelroter mieten damit ich dann auch schweinefüller herstellen kann und damit ich mir versteckdosen nasen holen kann ab alle schwingen an der ruhe so let's go so weit so gut ist die dritte runde ich denke mal ich werde noch eine ziehen dann haben wir an ich nenne es nur so an schwierigeren stellen mehr platz zum drehen so 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 So, und rum. Ich sehe jetzt nicht viel, weil Baum im Weg, aber macht nichts. Mit einem Auge schaue ich auf einen anderen Monitor, wo mein neues Mikrofon bleibt. Oha, die sind gleich wieder voll. Nochmal gucken, wie das so ist und wird und hast ihn nicht gesehen, mit dem neuen Mik. Oh, Hamilton. Die Kläranlage. Oh, da müssen wir ja gar nicht hin. Okay, 12 Uhr. Oh, Mittagspause, hey, die Endgamezeit passt fast mit meiner Wildheimzeit. Na, schon selten, dass das passt. Na komm, es wird leer. Ja. Jetzt so. So. So, das hört's nochmal hier. Ich gehe eine Runde rum und dann geht's los in die Auf- und Abbahn. So. 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 You. 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 So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Loser hier runter und dann wieder rüber, dann sollten wir es soweit haben. So, da kommt Tee. So, da kommt Tee. So, da kommt Tee. So, da kommt Tee. So, da ist schon wieder halb voll. Das geht ja schnell als gedacht. So, da kommt Tee. So, da kommt Tee. So, da kommt Tee. Sollte es passen. So, da kommt Tee. 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 so weit so gut jetzt passiert noch nicht viel, weil die Bahnen relativ kurz sind aber was willst du machen? da bin ich doch ganz froh, dass ich vier auf der Bahn gefahren habe so 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 in 80% aber knappe 20 dann sind wir voll so da krabbelt die Nase wir haben bestimmt mal klein niesen müssen so 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 Oh, ein Trommel. Um hier. Und den kann man jetzt eh abformen. Daher... Tut mir leid, drinnen sitzen bleiben. So, wir sind am folgenden Ende. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.